Hier habe ich für euch aus der Nike Free Serie den Free Trainer 3.0. Er ist zwar komplett überarbeitet, bietet aber auch wie sein Vorgänger das einmalige Gefühl des Barfußlaufens. Dafür sorgt die einmalige Sohlenkonstruktion, die extrem flexibel ist und Bewegung in alle Richtungen erlaubt und damit dem Fuß größtmöglichen Freiraum bietet. Das Spezielle am Free Trainer ist aber auch die etwas griffigere Sohlenkonstruktion, die verschiedenartige sportliche Aktivitäten erlaubt. Dafür bietet die Fühleitsohle ausreichend Schutz und Dämpfung. Der Schaft ist flexibel und besteht aus einem neuartigen Material. Auffällig ist die Struktur aus vielen kleinen Bändern, die den nötigen Halt im Mittelfuß geben und zusätzlich gibt es eine Fersenverstärkung. Wie bei allen Free-Modellen kommt es natürlich auch insbesondere beim Free Trainer zu einem tollen Trainingseffekt für die Fuß- und Unterschenkelmuskulatur. Und selbstverständlich könnt ihr auch den Nike Free Trainer 3.0 sowie weitere Modelle aus dieser Serie in den verschiedensten Farben in unseren Runners Point Filialen bekommen oder ihr bestellt ihn gleich hier im Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com. Vielen Dank.